Stell dir vor, du bist ein Flamingo, so wie unsere Rosi rot. Flamingos stehen oft auf einem Bein. Stell dich hin. Wenn du magst, kannst du deine Augen zumachen, du kannst sie aber auch offen lassen. Und nun verlagere dein Gewicht auf deinen linken Fuß. Und nun lehne dich ein bisschen nach links, sodass du auf deinem linken Fuß stehst und du deinen rechten in die Luft heben kannst. Nimm ihn ein Stück nach oben und dann setz ihn an deinem Unterschenkel ab oder an deinem Oberschenkel, sodass du auf einem Bein stehst. So wie Rosi. Atme tief ein und aus durch deine Nase. Und wenn du wackelst, ist das gar nicht schlimm. Und selbst wenn du umfällst, dann steh einfach wieder auf. Da also sich nicht umfällig das Wύ referred zu. Du wirst steh einfach nur auf. da wäre viel zu viel. Und du wstabr poop. Du wirst doch bezig. Und du wstabrima nicht. Aber slogans. Ich bin nur in dem Eck wund livestream wcześniej. Und du wstabrima.